herzlich willkommen zum dritten vlog hier auf meinem kanal auch leider zum letzten vlog des bayern urlaubs hier im schönen bayern auch wenn wir gerade in österreich sind heute ist samstag die letzten vlogs habe ich aufgenommen am montag und mittwoch oder dienstag ich weiß es nicht sei es jetzt habe ich die letzten drei tage übersprungen da habe ich nichts gefilmt und jetzt sind wir hier in österreich auf wieder mehr mega hohen berg sind gerade bis zur mittelstation mit der gondel gefahren und wollen jetzt irgendwo da nach oben sollte ungefähr eine halbe stunden dauern bis oben sind ich bin jetzt außer puste und wir sind wirklich nur das hier gegangen die ganze zeit holy shit es ist etwas kühler merkt man vielleicht auch hoffentlich gefallen euch diese vlogs auch wenn es nicht so cool ist vielleicht für euch aber für mich ist es immer ein ganz ganz cooles erlebnis euch immer mitzunehmen jetzt habe ich auch mal die karte so wir sind hier von der talfahrt einmal hochgefahren zu dieser mittelstation jetzt gehen wir die drei hoch bis nach hannenküffle so ihr habt ihr gerade die karte gesehen wir befinden uns hier gerade flächen höhenmeter 1700 und wir müssen auf 2085 meter hoch und ich bin mal gespannt ob wir das schaffen ich habe mir jetzt hier auch ein bisschen eingemummelt weil es hier wirklich kalt ist weil die sonne verschwunden ist und da hinten ist jetzt irgendwo auf jeden fall es ist recht kalt ich würde sagen 14 grad oder so und ich glaube es wird auch noch kälter und sieht hier mega heftig aus weil hier noch die wolken sind das sieht richtig geil aus und kann sein dass wir auf 2000 höhenmeter sogar in den wolken drin sind da laufen die ganzen leute sie sieht man wahrscheinlich sehr unschwer doch da kennt man sie ach du scheiße das wird das wird toll ich merke ich merke schon es wird richtig cool und es sieht geil aus ich freue euch das an so einen ausblick hat man nur einmal im jahr und ja wir gehen jetzt hier hoch versuchen zu überleben und wir schaffen das ich bin auf fucking am marsch alter aber leute ich hoffe dass ihr unterstützt mich hoffentlich mit likes sonst schaffe ich das nicht und werde auch nie mehr content auf meinem kanal rufen ihr müsst das video liken sofort ich würde sagen ich würde sagen ich gehe jetzt weiter hoch hoffentlich sehen wir uns später noch irgendwann mal dichte nebel gehüllt ja mollen doppel atem not doppel atem not wir sind jetzt hier oben man sieht das ist wirklich schnee leute das heißt wir können ungefähr damit rechnen dass wir auf 1800 oder sogar höher sind da hinten sind sogar leute also da sieht man nicht da ganz klein holy shit das sind richtige krasse leute das richtige krasse leute würde ich mich jetzt so nicht trauen wir sind auch eigentlich schon in den wolken drin in nebel gehüllt hier und da oben schon die station also da müssen wir hin das heißt ich würde sagen noch so 20 minuten da sind wir oben und dann geht es eigentlich schon wieder runter wir sind jetzt ungefähr eine stunde gegangen und ja es ist noch warm weil man schwitzt aber ich würde sagen wenn hier schnee liegt kann man damit rechnen dass hier schon minus gerade vielleicht sogar sind oder noch so minus eins oder halt so plus drei plus zwei kann ich nicht einschätzen weil ich gerade zu todesschwitze aber ja beginnt hoch wir sehen uns später so jetzt bin ich hier oben angekommen auf 2585 meter alter was für ein scheiß dreck verdammt so ich bin jetzt übel zu fertig es gibt so verschiedene andere wege hier habt ihr gerade gesehen wie verrückt leute hier sind und ja wir werden jetzt wieder runter gehen den gleichen weg eigentlich weil es gibt die wiege die dauerung auf fünf und halb stunden die werden wir auf jeden fall nicht gehen